Eines Tages ging Justin der Biber nach Hause von einem Meeting mit einer südkoreanischen Bergziege. Er ging eine Abkürzung durch den Wald der Vergewaltiger und hatte Hurenfotze. Er ging den Vergewaltiger Wald lang sechs Hure Gurke Obstsalat. Da kam die Ratte aus dem Gebüsch rausgesprungen und wollte ihn ficken. Die Ratte war aber so hässlich dass Justin sie angekotzt hat und sich in die Hosen geschissen hat. Die Ratte wurde davon nur noch geiler und fraß seine Scheiße dann steckte sie ihre Faust in sein Arschloch und fistete ihn richtig fest durch dann setzte sie sich auf seinen erstaunlich kleinen Penis mit ihren Schamliepen und gleitete hin und her das ging erstaunlich gut weil ihr Muskiesaft alles glitschig gemacht hat und während sie rutschte kackte sie ihn an Vaginasaft. Justin hatte so viel Angst dass er anfing zu weinen die Ratte hatte ihn so lange vergewaltigt bis ihre haarigen Schamliepen rot wurden und ihr Arschloch so doll gedehnt wurde dass es blutete. Jemand hatte die beiden Penisgrütze beobachtet und ein Video erstellt und auf Hardcore anal. Porn, Rap in Kommatube.Sex hochgeladen Als Herr Biber wieder aufgefunden wurde war er tot und Maden. Ragten aus seienem Arschloch und der Vagina seine Arschhaare wurden anscheinend geraucht und sein. Penis wurde in sein Gesicht eingeschnitten. Möge Möge Möge